Herzlich Willkommen zurück Leute zu ner neuen Runde CSGO mit dem selben Chaoten wie letztemal Auf der 2 Hallo Andere Gegner Ich hab kein Messer Wo gehen wir hin? Das ist gar kein Messer Warum schreibt mein Spiel jetzt GG? Ach scheiße Ich dachte grad von wegen warum trollt alles jetzt schon wieder Ich dachte auch Ne meine Aufnahmetaste auf F12 ist da so mag Ist GG Ne good luck F1 also es wechselt immer Spot einer Hat einer gesehen Hat einer gesehen Einer und Spot an der Kiste Ist gut Rente Standard ne? Einer hat CT Base noch 27 in 3 mit Tech9 und theoretisch nade Hallo? 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 Ah da müssen wir tot 2 Stück CT Das heißt Einer ist aber angeschossen Ich weiß nicht wieviel du ihm gegeben hast hat er 30 nur Oh dann hat er ja noch 40 Noch 8 Schuss mit der Glock Für Einer Jetzt hat er 40 HP Ich hab ihm nochmal 11 gegeben Ja mit der Glock darfst du nicht aufhören 8 Damage pro Schuss Achso Ja stimmt ja Ich wollt grad sagen was wir dachte Du kannst halt wegschmeißen ey Ne Headshot macht 300 Schaden Alles andere Archan macht 5 Gehen wir hin Gehen wir mal ein bisschen lang raus Ok gehen wir dann Jetzt kommen die USP Longshots Ne wir werden alle sterben jetzt Ich laufe vor ne Ihr habt Waffen mit 5 Nades rein Lang sind 2 sind Flashteln Machst du kaputt Junge Noch einer Spot Longshot USP Ich liebe die Waffen USP ist einfach die geilste Waffe Das ist toll Wenn man Aim hat Ja Einer City Base rechts Das war ein Kopfschuss mal rein Mhmm Nicht für lang Ja meh noch keine Sniper Gut die ist dann raus Ja einfach rausgepusht Wo geht euch schon Loll Ah lol der ist in der Smoke drin Loll Auf Schornhaut Der andere kommt lang Schön Der rennt aber auch einfach durch die Smoke durch Ist ihm egal Der stand drinnen glaub ich sogar oder Ne der ist aus dem Smoke rausgelaufen Hat dann geschossen Ah War knapp War knapp Ich pushe halt cd-bill So ich pushe halt cd-bill So da hinten steht ja schon auf dem Spot Der du Der hat mir auch noch gut gegeben der eine Geh mal hin wo geh mal hin Let's go let's go Ahhhh Einfach mal gehen Folge euch einfach Find das schön Das 2 ist so die einzige Map Wo man das irgendwie vorher entscheiden muss Was man macht Ok Bei den anderen Maps Kann ich mir das immer noch raussuchen Nachdem ich ein bisschen rumgeballert hab Der hat ne ccd-bill Rechts hin oder drinnen Ja sonst Will auch den Spot Schön alle x aber gut Ja ich lass doch Naro komm so hinterher Naro maro maro Also Der hat 10 AP Lang ist noch einer Geht denn hier für kurz Dann für kurz Weiß ich ob er reingegangen ist Und In Rampe Ja ist in Rampe drin Ja jetzt war eigentlich Absicht Die sollte hier gegen 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 den grünen Eimer Und dann wieder runter Da kommen 2 Short 2 Short Jetzt gibt's auch Short Lauf Schön die Nade noch gebaut Ach du wolltest nur die Nade reinwerfen ne? Ich hatte keine Muni mehr Und dann statt nachzuladen Bin ich runter geschwungen Und hab ihn genadet Easy going Ich versuch mal mein Glückmitte Also ne? Viel Spaß Ich denk wir gehen B dann oder? Bin dabei Dann wirf mal weiter Dreh ich mal und wirf weiter Ich hab auch ne Sniper Also Hast du in der K? Einer Zwei 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 B Nur zwei B Und dann nur zwei Gärger Einer C fit ey Ach stiep Ich kann natürlich jetzt mal in den A schrocken ne? Weil ihr braucht seit direkt Ich hab Ich rush da nicht Direkt rein Alex Naja normalerweise Wenn wir in den Zweikrall Kann man rauf rushen zu dritt ne? Ja wir waren doch nur zu zweit Achso wir warten Weil die haben geflasht Drei Orbs Richtig das kam auch dazu Und keiner hinter der Kiste Ist da eine? Ne hinter der Kiste ist keiner Sonst hätte ich ihn getroffen glaube ich Oder? Ok wenn du links habt Mit der Mit der CT Base 15 AP noch Ach lol Der ist angehiert Wahrscheinlich Nice Der CT Base einer hat 15 AP Das heißt der wirds auch Ist close 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 Ich guck quatsch beide Fans rum Ich hab gewartet bis die beiden Zähne sind runter gespübelt Spät rotiert haben die beiden Also Ach wow alter Na gut Jetzt Machen wir Bestens spawn Alex Naja Bestens spawn für AP Ja Danu macht jetzt nicht Gb schnell kriegen Ich glaube wir gehen rein Ja Einfach pushen mit AP Let's go Jup Dann Danu Noch keiner Einer Könnte angeschossen sein Glaub ich aber nicht Warte Zwei stück B Ich hab Bindung Ah shit Rechts Das sind 3 auf B Eine Kiste und eine Tor Eine Krieg angeschossen Dann war der erste schon drüge Da ist einer. Der war nice ne? Passt. Ist links in der Ecke wieder glaube ich ne? Sehr damn bot. Ich glaube links einer in der Ecke auf B. Ja. Hast du gesehen? Doch ey. Ah die Olga die steht da. Schön. Hab ich aber versaut. Den hätt ich schon lange haben müssen. Ihr habt ne AWP jetzt. Vorsichtig dann. Ich steh da nur weil ich BAP eben hab und du hast da unten gekannt. Eindroppen. Ich dropp ein AK. Ja. Ja danke. Ich geh auf A lang direkt durch. Müssen wir das AWP Duell gewinnen. Meinst du wir machen? Ja da rein. Kannst du flashen ne? Ich hab keine flash. Ohohoho. Einfach mal free firen. Die Butscha. Die Butscha Butscha. Noch einer Spot glaube ich. Ja Spot. Hab ihn einmal angehittet. Ja. Ich hab ihm nochmal 20 gegeben. Müssen wir den irgendwann? Hab ihn auf Spot down. Kurz. Ich weiß nicht. Ich kann nichts versprechen. TDB ist jetzt glaube ich der nächste. So was hab das noch? Ich hab die AWP wahrscheinlich. Olga Wohle. Olga Wohle. Ja. Hallo. Ich hab den durch die smoke und was soll die Kacke. Ich hab sogar den Butcher gekillt, der hat dir nie mal den Namen richtig durchgelesen, das war nicht Orga. Würdest du ne Waffe haben oder brauchst du ne Waffe? Ich bräuchte ne Waffe. Dann nehmt die AK hier, weil ich mag AK nicht. Ich bin enttäuscht. Kann mir einer nicht die Bombe zuhören, wenn ich eine AWP habe? Alter, was ist jetzt los, deine Tassen funktionieren nicht mehr. Jaja, klar. Ah, ich hab diese komische Spectator. Der hat nicht, der hat safe nicht. Bin mir sicher. Der nicht. Zwei Stück B. Einer low. Ich meine einer ist low. Musst du kurz Keywinding neu machen? Waaah, ich bin blind. Habe ich lang ein? Ne, ne. Ne. Also einer ist hier, lang down. Ne, sind alle hier. Korg, kann nur noch einer sein? Ne, Kast hier. Ja, ja, ich steck da nur mal hinter euch. Da kurz. Zwei CDBs. Uff. Steffens wusste ich nicht mehr so gut. Maru hat lang, ja? Hat einer kurz, bitte? Ja, hab ich. Aber du bist irgendeines vor mir gekommen. Einer vor kurz. Ja, der, ich hab mich zu schnell bewegt. Warface hätte ich den gehabt. Oh. Ne. Lass mir Warface auch mal runter, ey. Mal zusammen leveln. Ich möchte ja nur gut davon. Ich glaub, die ist safe. Oh. Oh. Blitzeit. Ja, aber er kommt auch nochmal und denkt sich, okay, wenn eh schon alle reingegangen sind. CT. Den haben wir sogar getroffen. Alex. Links. Links mit der Bestimmung. Double loslegen. Der wird lower reingegangen. Der ist zu weh. Ich hab ein Sternchen. Guck mal Alex, wenn es nicht 12 Uhr nachts ist, hast du keine Chance, ey. Ich hab einfach keinen Gegner gesehen. Nein. Kommste gar nicht mit. Außer ich grad erst mal eine Runde ausgedacht habe ich mein Keybinding komplett neu. Na klar. Weil du Keybinings brauchst, um überhaupt zu spielen, ey. Ich konnte wenig mehr drücken. Standard Config, 144 FPS. Das ist alles, was ich eingestellt hab. Der hat nen Hit. Ja. Und dann ist vielleicht einmal. Obwohl ich ein bisschen zu hoch gewesen sein könnte. Ich war wahrscheinlich zu tief. Das ist nur einer B. Ne. Zwei. Ich war schon wieder zu hoch. Könnt'n ihn gehittet haben, ihn zu weit. Kann ich sehen? Ich bin der Kiste. Versteck mich. Alter, ich bin full discount, ey. Ich denk schon mal, ne? Der ne Kiste. Wer hat nen Hit gelandet? Alex. Ich? Wer ist das? Ich hab nen Assist bekommen. Fanta nicht im FHP. Ich bin der Sniper King. Fanta ist tot. Achso. Ne, Fenster lebt. Hat wieder nen Hit. Floll durch die Smoke. Er geht nicht weg, der Lederlappen. Meine, er ist in der Tür. Einer. Sind beide da, glaub ich. Nochmal durch die Smoke. Nichts mehr. Alex, bist du doof. Und wer hat schon wieder nen Hit gelandet? Schon wieder. Mal durch die Smoke, Leute. Ja, gar nichts hast du getroffen, ey. Natürlich zwei Leute durch die Smoke. Ich schenk euch die Bombe. Juhu. Komm mal, jetzt mach ich nen Kill, pass auf. Okay, mit Ansage. Mit Ansage. Mit Ansage. Jetzt direkt. Wenn nach der Freestyle. Hier durch den, hier durch den mit. Ich dachte, er wird sofort gebannt, ne? Ja. Hey, lass mich dahin. Ich will auch noch schnell nen Kill. Ich bin da. Schnell an die... Oh, ich mach... Angeschossen. Ja, ist er nicht. Angeschossen. Du kriegst nicht ein Assist wieder. Das ist nur 1er B. Oh. Ja, aber der Rushock, glaub ich. 2 B ist ein 2 B. Und dann auch noch Fake Calls. No Shots. 1er B ist down. Oh, der pushed around. Das ist noch einer. Und wer ist down? Alex Retro Low. Mich kennt man halt in CS. Wie viel leben wir überhaupt noch? 2. Einer ist auch auf B. Wenn 2 durchgegangen sind. Trotz einer down? No, einer noch. Dann muss er dann auf P sein. Der müsst... Wenn wir jetzt wirklich 2 B waren. Ich hab mir halt nur einspringen gesehen. Der hat's aber auch nicht angeschossen gehabt, den ich erschossen hab. Der hatte keinen Charm gehabt. Alle angeschossen. Der kommt lang durch. Wenn der CD-Bails kommt, bin ich sauer. Ich bin CD-Bist drin. LOL. Langsam. Damit hab ich nicht gerechnet. Er schleicht um die Ecke geduckt. So, ich hab voll daneben geschossen. Weil du reagierst halt immer nur. Du siehst was und drückst ab, weil du denkst er springt um die Ecke. Das war mein Fehler. Ich sehe das von 3 runter. Von 3 runter 10. Das passt nicht auf. Ja, ne, ne. Du hast hier... Nach der Freeze-Time. Ich glaub... Pass auf, ich zeig das einfach. Ich glaub 3 oder 4. Ich... Bei 51. 51. 3. Ich hab zu spät. Bei 51 kam der zweite. Wie viele sind die jetzt vorbei? 2. Es war zwischen 32 Sekunden irgendwie. Ja und bei 51 kam der zweite. Er hat ne Orp hier. Er hat ne Orp hier. Er hat smoke und war und ging raus, Alter. Was soll er machen? Soll er mich mit der Orp töten, oder? Fuck, schon ist er blind, ey. Jetzt hier rein hae'n. Jetzt links in die Ecke springen. Ich komm mit raus, ich fern die Tür an und... Der hat kassiert. Oh, die Nate hat mich kassiert. Feier. Und da sind wir durch. Ich... Ich lege safe. Ich lege die Mauer. Ich bin full flashed. Oh, sorry. Oh Gott, einer von hinten hat noch 30. Oh leil. Da holen wir. Und Tür. Ah ne, da nicht. Da ist noch nicht Katastrophe. Oh, holen sie. Bei mir ein Stätten-Headschirm. Kata, hallo, uuuu, waaahuu. Hier. Oh, guck mal wieder an. Achso, werdest du vorher sagen. Oh. Da liegt der AWP. Da haben wir noch ne AWP. Was nicht? Ich nehme keine AWP, die am Boden lag. Das ist auch noch so ne grüne, ne? Die hab ich aber auch. Ach, die hast du auch noch? Eins, zwei... Keiner. Keiner. Keiner B. Einer B. Und der ist wieder... Oh, zwei B. Ja. Mindestens krieg ich zwei Assists wieder. Komm, wir gehen A. Ich krieg eine Assists. Safe. Ich krieg B. Ich krieg eine Assists. Es ist alles über die Game. Wie du es spielst. Ja. Ich hab 14 AP. Ja. Und ihr seid 1 AP. Ja. Ich hab 14 AP. Ich hab 14 AP. Oh. Oh, das war ne Flash... äh ne. Kommt was schon hin? Ne Schmook. Ja. Olga war Holder. Einer City Base geht auf B. Und einer ist Ab 4 Quads. Was? Holy fuck, ey. Oh. Die AWP... Was ist das für ne Waffe? Das ist der CZ für eben. Der ist das Win. Ist ja richtig spannend hier das Match. Oh, einer von euch macht nen Team Kill. Der Alex. Richtig schlecht. Ich. Ich bin jetzt in den Beinen. Oh. 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 Team Kill der mich. Der Anti-Mail. Oh. Der Slow. Wer hat mit der Pistole runtergeschossen mit der AK. Ich hab mit der AK runtergeschossen. Nice. Oh. Oh. Team Kill. Der hat auch einfach geflasht da runtergeschossen. Ey da ist das. Ja ich hab angefangen. Kann den Manni... Was macht ihr denn da? Da war uns zwar Alex. Achter die Karte kommt hier raus. Was macht die da eigentlich? Du hast den geleckt hat er. Der ist rausgegangen schon. Der ist schon raus. Der ist noch einer. Der ist noch einer. Der ist noch einer. 70 in 2? Hä? Ja die Nate noch. Ach schon die Nate. Aber Mitte Scout. KennyS hat dich geholt. Nein not KennyS. Oh und ich hau wieder ab. Und ich hau wieder ab. Und ich hau wieder ab. KennyS. Angeschossen. Ich schieße mit der AWP an und er überlegt hat. Und jetzt hab ich wieder angefangen und er wieder ab. Oh und schieße es. Kurz. Wir hatten Wohlek angestimmt. Ja der Batscher hat an. Wuppel liegt unten jetzt. Noohohohohohoho. Hat der das für den Absicht gemacht? Nein hat er nicht. Feuert gespreaded. Drop mal wieder was hier. Schau mal die Kleppen alle. Was willst du denn haben? Hast du schon getroppt? Du hast schon getroppt? Nee ich hab nichts, danke. Ich hab leider Leute gekauft. Ich hab zu viel Geld. KennyS, du musst nicht reden, der wird gescheitert. Oh, ToxicChicken hat sowas von rein gecheatet jetzt. Einer hat kassiert schon wieder. Also nicht von mir, von einem von euch. Oh ja, die Bombe ist scheiße. Der hat auch Hits. Der hat nen Hit gekriegt. Okay, beide low B. Los, los, los. Ja low B, okay. Und ToxicChicken cheatet jetzt. Also safe. Ich krieg nen Teamkill. Ja, deine Schuld. Ich geh nicht alleine davor, ne? Vielleicht die Bombe nicht hin, dann kann ich rausgehen. Ich flashe und dann renne ich raus. Ja. Was hast du gut gemacht? Ah, der Tür ist einer? Oder ist der Käse? Die Käse ist dauernd viel jetzt, ne? Ja, das kommt. Hinter euch finde ich einer, ne? Guck mal nach hinten. Ich bin so low. Ach, jetzt. Einer hat 8 HP. Zwei Stück Cutters. Zwei Stück Cutters. Zwei Cutters, okay. Und ich hab richtig reingeschissen. Alter. Hä? Neu, wieso ist es da rumgespreadet? Oh, wie toxic euch hoch. Was war das für ne Aktion mit dem Motto? Auto, Tür. Ja, der ist untergespreadet. Ja, warum hafst du den da so hin? Ja, damit er oben nicht durchkommt. Oder, was machst du denn du? Rechts. Rechts. Man, und links. Ja, warum lebst du nach einem Schuss nach, ey? Weil ich bloß einen Einschuss hatte. Ja, und warum? Hattest du nur einen Schuss in der Waffe? Weil ich vorher schon jemand... Und warum hast du da nicht nachgeladen? Ja. Gib mir mal einen AK. Ich war oben auch einen AK. Hast du einen AK? Ich hab einen AK. Danke. Komm, jetzt einmal B durch. Direkt raus. Okay, alles klar. Okay, scheiße. Da brauch ich keinen AK für. Ich hab keine Decoy leider. Sonst hätte ich noch ne Decoy hinterher geworfen. Wegen Dalu verlieren wir, weil er treut. Du hast geteankillt. Du hast dem... Du hast mich die Bombe nicht planten lassen. Ja, da leg dich aber anders. Deswegen kassier ich den A-W-Hit. Der hat durch Dalu's Beine durchgeschossen. Oh, der Molli war echt schmerzhaft. Ja, Molli sind nicht ohne. Ja, Feuer ist halt schmerzhaft. Ich hatte kurz ge... Tür, also einer zieht hier in der Tür raus. Also beide unten. Noch zwei Minuten, ja. Da kommt gleich einer, Alex. Ist er wieder um die Ecke gesneakt. Wer will... Nette Smoke, Alter. Immer vor der Tür beide. Alex hat einen Hits kassiert. Ja, schön. Schön, Jungs. Auch Teamkilling Alex. Ich würde gerne wissen, wie ich gestorben bin und dass Dalu gestorben ist. Oder wer auch immer auf der Kiste oben stand. Ja, wieso? Er hat ja nicht auf mich geschossen. Also auch immer... Vor mir stand einer auf der Kiste oben. Ich bin gestorben mit nem Headshot und er hat keinen Schaden genommen. Ja, ich stand auf der Kiste, aber die Kiste dahinter ist ja Wand. Eins... Zwei... 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 Oh, keiner durch. Keiner B? Doch, einer. Dann gehen wir natürlich auf A, da macht mich am meisten Spaß. Die raschen jetzt bitte durch. Mitte ist einer noch. Holy fuck, was war das denn für ein Move gerade von Dirado? Wieso? Da sieht es irgendwie aus. Meinst du ein Pro-Move? Der war wieder ein Low. Und das war ein Low. Genau. Ich leiste mir hier ein Skiller-Duell. So, jetzt hier Basen. Ein Skiller-Duell in der Mitte. Einen Schuss noch. Ach man. Yay, Skiller-Duell verloren. Wir kommen kurz wahrscheinlich mit einer P90. Oh, die Hacks vom Chicken haben nicht funktioniert. Der setzt nochmal nach. Einen Schuss in meiner Waffe jetzt kommen. Oh, geht die P90-Sapen. Ach man. Ja. Boah. 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 Spannend. Ich hab einen Pro, den wir gewonnen zählen wollen. Da fehlt einer bei denen. Seit wann das denn? Das ist das Hühnchen. Das geht immer. Kommt dann wieder mit Hex wieder rein. Aber das hat gar nicht geklappt. Ach so. Geh direkt in die Mitte hoch einfach. Ich geh kurz. Ich komm mit dir mit B. Juhu. Ich geh einfach sterben. Das Schick wird uns jetzt die Erlen-Headie geben. In 3, 2, 1, Headshot. Ach ihr wollt rushen. Komm, hier Maru, rushen. Nein, ich will dich rushen. Ich rushen. Ich rushen. Ich rushen. Gehen B. Für den B rush. Ja. Aua. Hab Headshot. Echt? Hinter mir hodl. Ahaha. Jump Headshot. Da ist noch einer mindestens. Boah, ihr habt das Chicken erwischt zum Glück. Wie wärs mit Hilfe, du Bob? Hab ich doch. Ja, nachdem ich zu... Ich hab 1, 4 hab. Alter. Ja, er hat die ganze Zeit auf mich geschossen. Also er hat mit den One-Shot gedrückt. Ich hab ihn schon wieder 90 gegeben. Boah, wird's hier down. Den Funeral schaff ich nicht zu töten. Oli ey. Wer war das? Wer war das? Funeral. Dem geb ich immer nur 90. Aber jetzt kommen die Scout-Skills. Boah, da mach ich mit. Ich nicht. Bro, bye. Bin noch mal mitte hoch. Hallo. Oh, man ey. Ja, heute hat die Kids haben möchte einfach nur, damit die so gut da steht. Dein. Boing smoke. Aha. Ich wollte nicht mit euch rumkommen. Wie, keiner bitte? Was ist das denn? Da müssen die A gegangen sein. Eigentlich. B ist das. Ah, dann sind die alle für B gespawndet oder? Ja, dann raus, B. Ah, einer raus, B. Zwei raus, B. Oh, er ist nirnay. Oh, double. Oh, baby. Er ist low wieder. Der Funeral ist wieder low. Ah, nicht mal meiner. Oh, Horner, da hat er dich. Mann. Oh, der kackt ab gegen die. Und ich wechsle jetzt einmal die Waffe, um die letzte Limit zu securen. Und Horner hat keine Kohle dafür. Kann sich keine M4 leisten. Ich kauf mir nur weiter. Brauchen wir es nicht. Ich geh eben einfach pushen. Pushy, pushen gehst du? Jetzt schon. Muschen, ja. Hui. Ja, er wird A. Das ist der Flash, Alter. Letzter Versuch. Oh, ja. Ah. Mann. Coda. Olga down. Ah, egal. Assists geben auch Punkte. Letzter's bitte. No. Aha. Bei mir waren einfach keine Gegner. Die ganze Zeit, ey. Ah, geil. Da hat er doch versucht erster zu werden. Nee, ich hab'n A. Ich hab'n A. Ich hab'n A. Ich hab'n A. Ja, auf 10. Ich hab'n Gegner gesehen. War'n gut gedefft. Ja, danke. Danke. Wenn's euch gefallen hat, gerne Like und lasst mir dann vorbeischauen. Bis dann was gut schaut. Tschüss. Tschüss.